Ich lerne Deutsch. Nummer 3953 Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Hier herrschen Freundlichkeit und Mitgefühl. Hier herrschen Freundlichkeit und Mitgefühl. Anna trägt eine Biokosmetikmaske mit einem Pinsel auf ihre Haut auf. Das ist mir so peinlich. Ich habe einen dummen Fehler gemacht. Verzeihst du mir? Das ist mir so peinlich. Ich habe einen dummen Fehler gemacht. Verzeihst du mir? Der Urlaub kann beginnen. Wir tanzen ausgelassen am Strand. Der Urlaub kann beginnen. Wir tanzen ausgelassen am Strand. Der Urlaub kann beginnen. Wir tanzen ausgelassen am Strand. Die Heizkörper habe ich auf Lager. Ich kann sie aber erst übermorgen installieren. Du bist schwanger? Du machst mich so glücklich. Bald werden wir Kinder haben. Du bist schwanger? Du machst mich so glücklich. Bald werden wir Kinder haben. Wir reichen uns die Hände zur gegenseitigen Unterstützung und zum gemeinsamen Erfolg. Ich überprüfe die korrekte Installation der Solaranlage, bevor ich die Rechnung an den Kunden schicke. Ich überprüfe die korrekte Installation der Solaranlage, bevor ich die Rechnung an den Kunden schicke. Schau nach vorne, wenn du die Treppen hinuntergehst. 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 Manchmal laufe ich weiter als geplant, weil der Podcast so interessant ist. Manchmal laufe ich weiter als geplant, weil der Podcast so interessant ist. Jetzt kommen einige Wiederholungen. Hast du noch weitere Fragen zu diesem Thema oder haben wir jetzt alles besprochen, was du wissen wolltest? Nach dem Training ist es eine gute Idee, viel Wasser zu trinken. Nach dem Training ist es eine gute Idee, viel Wasser zu trinken. Du kommst genau zur richtigen Zeit. Ich habe eine wichtige Frage an dich. Du kommst genau zur richtigen Zeit. Ich habe eine wichtige Frage an dich. Unsere Fußballmannschaft hält immer zusammen, egal was passiert. Unsere Fußballmannschaft hält immer zusammen, egal was passiert. Ich habe vergessen, dass wir die Lampe in diese Kiste gepackt haben. Ich nehme die Herausforderung an. Willst du diese Berechnungen noch einmal überprüfen? Nimm eine Zitronenhälfte und halte sie vor dein rechtes Auge. Hast du genug Brennholz für den Winter? Hast du genug Brennholz für den Winter? In ungefähr sechs Wochen kann der Gips wieder vom Bein entfernt werden. In ungefähr sechs Wochen kann der Gips wieder vom Bein entfernt werden. Samira zeigt mir, was sie geschrieben hat. Dies ist ihr erster vollständiger Satz. Samira zeigt mir, was sie geschrieben hat. Dies ist ihr erster vollständiger Satz. Ich habe gerade sechs neue Ordner von meinem Chef bekommen. Ich habe gerade sechs neue Ordner von meinem Chef bekommen. Ich habe gerade sechs neue Ordner von meinem Chef bekommen. Ich soll sie bis morgen durcharbeiten. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. und gib uns bitte ein Like. Ich habe gerade sechs Wochen. Und ich habe gerade sechs Wochen. Bis zum nächsten Mal. Ich habe gerade sechs Wochen. Ich habe gerade sechs Wochen. Vielen Dank.